Vollkommen richtig, ja. Ich meine, was ich prinzipiell ja auch schon, glaube ich, auch öfters hier schon erwähnt habe, diese Aktivitäten in der Früh, ich nenne es jetzt Morgenroutine oder wie auch immer, aber eben auch Sport, was ich ja früher eigentlich nie gemacht habe, ist etwas, was halt wirklich total viel Druck, finde ich, rausnimmt aus der ganzen Sache, weil, wie du schon eben beschrieben hast, für alle die, wo es hintenrum meistens ein bisschen länger dauert, kann ich einfach nur empfehlen, ja, dann gehst du halt in der Früh eine halbe Stunde laufen, dann brauchst du dich den ganzen Tag nicht mehr stressen, ob du jetzt irgendwie das unterbringst und ob das dann noch Spaß macht, weil das ist halt auch ein wesentlicher Punkt, hintenrum nach einem anstrengenden Tag sich nochmal für den Sport aufzuraffen oder fürs Fitnesscenter etc., ist natürlich um wesentlich schwerer, als in der Früh nach dem Aufstehen in einer Form, einer Routine, einfach direkt ins Fitnessstudio zu fahren oder zu Hause zu trainieren oder es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber einfach das aus dieser Gewohnheit heraus zu tun, anstatt dann, wenn du komplett fertig bist, am Abend dann noch so, ja, das könnte ich trainieren und auch noch gehen, ja, okay, und da merkt man schon, wie stark man da sein muss, um dann noch sozusagen die Entscheidung zu treffen, ja, ja, ich ziehe es eh so durch, wie es geplant ist, im Gegensatz zu in der Früh, wo du noch ganz frisch bist und da einfach super dabei bist. Die Entscheidung zu sehen, wie du noch mal viel zu sehen, ist schon so, ja, ich ziehe es eh so, ja, das war das. Wollen wir hier auch noch mal, ich ziehe es an, das ist zusammen, danke, ich weiß, ich weiß, ob es cardenberg ist, Vielen Dank.